Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Nein, danke. Und was ist der Grund für die üble Laune? Sie und Ihre ganze entnervende Familie. Was haben wir denn jetzt wieder angestellt? Sie haben mich reingelegt. Inwiefern? Sie spielen mich gegeneinander aus. Sie suchen nicht nur nach einer Ausrede? Wofür? Naja, weil Sie George Cameron nicht finden. Das ist ja womöglich der ganze Zweck der Übung. Was? Ihn nicht zu finden? Ja, das fange ich langsam an zu glauben. Sie haben sich übernommen. Läuft es nicht eher darauf hinaus? Möglich. Und jetzt würden Sie alles gern hinwerfen? Nein. Wenn Sie Rätsel so geschickt lösen würden, wie Sie sie sich ausdenken... Ja, leider schaffe ich das nicht. Ich werde Ihrem Beispiel folgen und auch aufgeben. Und ich werde es einer Figur bei Chandler oder Hammett nachmachen und Ihnen ein paar sehr persönliche Fragen stellen. Mein Leben ist ein offenes Buch. Dann wollen wir mal hoffen, dass es in einer Sprache geschrieben ist, die wir beide verstehen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.